meine damen und herren herzlich willkommen zu einer neuen folge genshin impact wir sind in dem event außergewöhnliches käferduell des allmächtigen arataki und haben hinten schon unsere erste herausforderin wir haben gerade die weltquest gemacht und jetzt werden wir diese dame erschlagen du bist ein niemand lehre blätter machen mehr geräusche wie du dagegen steht wirklich frech ich bin dran okay also rüstungs rüstungs zerschmetterer häfte messen wagemut furor let's go erstmal kräfte messen rüstungs zerschmetterer das war kräfte messen wagemut huror machen wir alle drei das ist ja wohl logisch ja das ist tatsächlich ziemlich easy das ist ja wirklich einfach so schwierigkeit furor eingeschaltet muskelpaket 33 ich bin gespannt ob es bei den käferduellen dann später noch irgendwie irgendwelche specials gibt die überhaupt so gar nicht ausweichen also wirklich easy leute easy peasy going easy easy going das war's von dem rüstungs zerschmetterer vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs mitmachen das war's für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge haut rein und ciao so